Es sei denn, es sind viele Frauen, die halt in toxischen Beziehungen, oder Männer, die in toxischen Beziehungen sind, auch sowas borderline ähnliches haben, wie dass sie halt erstmal verdrängen, dass sie vom Partner schlecht behandelt werden und sich durch die Spaltung den Partner auch irgendwie schön einreden. Das ist nämlich so die gleiche Ebene. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Reakt hier auf meinem YouTube-Kanal namens Cain. Ja, ich muss sagen, diese Woche wird sehr, oder ist, je nachdem wann das Video jetzt kommt, das wäre ich wahrscheinlich bei dem nächsten Video von den jungen Herren da vorne hier, von dem wir auch nochmal sagen, sehr psychologisch lastig. Weil borderline ist auch so eher sowas Psychologisches, woran Menschen leiden, genauso wie das andere Thema, was noch kommen wird oder schon kam, wie gesagt, je nachdem wann das Video kommt. Und ja, wir starten einfach direkt mal rein und hören uns mal an, was uns hier dieser Psychologie zu sagen hat, weil ich denke mal, er ist auch Psychologe, ich glaube, der hat das studiert. Klingt auf jeden Fall so, zumindest das, was ich jetzt schon gehört habe von ihm. Warum verdrängen Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen so unglaublich viel und laufen so, so häufig vor ihren eigenen Problemen davon? Fragezeichen. Ja, auf diese Frage möchte ich in diesem Video eine Antwort geben. Dass es so ist, ja, das ist für Leute, die nur ein wenig im Thema... Infolge von Ängsten oder weil sie unfähig sind, bestimmte emotionalen Überforderungen anders zu lösen, greifen Borderline-Betroffene häufig auf psychodynamische Abwehrmechanismen zurück. Bekannteste Abwehrmechanismen auf die Borderline zurückgreifen sind Spaltung, Projektion, Projektive, Identifikation, Verdrängung, Verleugnung, Reaktionsbildung und Double Blind... Äh, Bind, nicht Bind. Okay, das ist... Okay. ... Thema Borderline drin sind kein Geheimnis. Das wird auch überall in der Fachliteratur und in YouTube-Videos, Instagram-Beiträgen und so weiter besprochen. Allerdings der konkrete Grund, warum Menschen mit Borderline so viel verdrängen. Ich meine, sie könnten ja auch anders mit ihren Problemen umgehen, der wird nur selten genannt. Also verlieren wir keine Zeit und fangen gleich an. Als allererstes müssen wir eine Feststellung machen. Kinder, insbesondere kleine Kinder und je jünger sie sind, wenn sie Verletzungen erfahren, und hier spreche ich in erster Linie von seelischen Verletzungen, von sogenannten Traumata, können sich diese Kinder im Hinblick auf diese Verletzungen nicht selber trösten und regulieren. Einfach deshalb, weil sie ja noch ganz Kind sind und eben keine rationale, höhere Metaperspektive über sich selber einnehmen können. Und deswegen bedürfen Kinder immer der Regulation durch ihr Umfeld. Ein Kind, das schreit, ein Kind, das weint, na, dem kann man nicht einfach sagen, hey, hör doch mal auf zu weinen, Mensch, lass das mal sein. Oder das Kind sogar noch, ja, sag ich mal, drohen oder schelten, wenn es nicht aufhört mit weinen und dann auch noch weitere Strafen und Konsequenzen andeuten. Ja, das hat man früher gemacht. Ich glaube, da ist es besser dann, also natürlich dann, wenn das Kind das richtige Alter hat, hinzugehen und zu fragen, warum schreit es oder warum weint es. Einfach mal, naja, diese, äh, nicht gegeneinander, füreinander Verständnis haben. Gemacht auch, als ich noch in den Kindergarten und Schule gegangen bin, hat man das so gemacht. Heute weiß man aber, dass das absoluter Murks ist und dass es auch nicht funktioniert. Weil, noch mal, Kinder, die Verletzungen erfahren, können sich gar nicht in diesem Sinne selber trösten, selber beruhigen und müssen von anderen reguliert werden. Und das heißt, die liebevollen Eltern, die das Kind in den Arm nehmen, streicheln, für das Kind da sind. Oder auch natürlich Erzieher und andere Bezugspersonen. Jetzt ist es natürlich so, und das wissen alle meine von Borderline betroffenen Zuschauer, dass das ganz häufig in den typischen Borderline-Familien eben nicht passiert ist. Dass die Kinder eben, dass ihr da draußen mit eurem Schmerz alleine gelassen wurde. Oder, beziehungsweise und, Schrägstrich oder, das kommt auch noch dazu, Menschen mit Borderline haben auch noch überproportional viele Traumatisierungen erfahren. Sodass eventuell noch ein mehr oder weniger moderater, akzeptabler Umgang vielleicht irgendwo auch mit den Schmerzen und Verletzungen und Nöten des Kindes stattgefunden hat. Aber eventuell durch die schiere Masse an Traumatisierungen, das einfach nicht mehr abgefangen werden konnte. Und das alles führt zur großen Konsequenz, dass eben diese Kinder, die späteren Borderliner, mit ihrem Schmerz alleine waren. Und was soll jetzt ein Kind tun, wenn es nicht von außen getröstet und reguliert wird, zumindestens nicht in einem für das Level der erfahrenen Traumatisierungen ausreichend angemessenen Maße und selber keine Metaperspektive für die eigenen Verletzungen, für den Schmerz einnehmen können? Wie sollen sie diesen Schmerz jetzt fortschaffen? Richtig, durch Verdrängen. Anders geht es nicht. Das ist der einzige Ausweg. Und weil das eben so häufig auch wirklich der einzige Ausweg für diese Kinder und künftigen Borderliner gewesen ist, haben sie sich das als eine absolute Überlebensstrategie regelrecht antrainiert. Schmerzen müssen verdrängt werden, sonst hört der Schmerz nicht auf. Und damit geht natürlich auch das Grundsätzliche für Menschen mit Borderline so typische Davonlaufen vor Problemen einher. Übrigens, ganz eng mit diesem Mechanismus des Verdrängens ist übrigens auch der für Borderliner so typische Spaltungsmechanismus verbunden, beziehungsweise sind die Gründe hier ganz, ganz ähnlich. Bei der Verdrängung ist es so, dass die Kinder mit Borderline ihren inneren Schmerz fortschaffen wollten. Bei der Spaltung, das heißt Menschen und Situationen in ihrem Umfeld nur in Schwarz und Weiß zu beurteilen, in den absoluten Extremen und ja auch enge Bezugspersonen eventuell zu idealisieren oder zu entwerten, da geht es dabei darum, eine Bedrohung von außen, der man nicht ausweichen kann und der man ausgeliefert ist, irgendwie psychologisch zu verpacken. Und diese Bedrohung war eventuell die eigene Mutter oder der eigene Vater, denen man, ja, das ist ganz klar, als Kind nicht ausweichen kann, von denen man sogar abhängig ist. Und somit muss man sich, ich sage es mal ganz krass, diese Bezugspersonen schönreden, so grausam, wie sie sich auch häufig verhalten haben. Und somit ist die Spaltung zumindestens in dem Bereich, den ich jetzt benannt habe, eine Art von nach außen gerichtete Verdrängung. Aber wir reden hier nicht über Spaltung, wir reden ja hier über Verdrängung und wir reden vor allen Dingen, und das kommt jetzt über den ganzen Rattenschwanz an Problemen, der aus... Kann das auch sein, dass es viele Frauen, die halt in toxischen Beziehungen, oder Männer, die in toxischen Beziehungen sind, auch sowas bottlenein ähnliches haben, wie dass sie halt erstmal verdrängen, dass sie vom Partner schlecht behandelt werden und sich durch die Spaltung den Partner auch irgendwie schön einreden? Das ist nämlich so die gleiche Ebene. Diesen ständigen, erlernten, damals über lebensnotwendigen Verdrängen erwächst. Und das ist nun einmal auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das große Problem ist, wenn wir so kleine Verdränger geworden sind, dass wir damals damit das Ausreifen und die Entwicklung unserer eigenen Persönlichkeit limitieren, einschränken. Und wenn wir dann zusätzlich auch noch ängstlich und misstrauisch gegenüber unserem Umfeld geworden sind, um eben neue Traumatisierungen zu verhindern, eventuell sogar einen Hass auf andere Menschen entwickelt haben... Ja, dann können wir uns vorstellen, dass das persönliche Wachstum massiv eingeschränkt ist. Und das ist auch der Grund, warum Menschen mit Borderline sich so häufig noch wie verletzte, hilflose, kleine Kinder innerlich drin fühlen und auch ganz, ganz häufig im Außen, im Verhalten immer wieder in diese Rolle des quengelnden, hilflosen, verletzten Kindes hineinkippen. Weil eben durch das ständige Verdrängen, und um das nochmal klar zu machen, weglaufen vor Problemen und sich deswegen nicht entwickeln können, weil ja Probleme nicht gelöst wurden. Um mich persönlich zu entwickeln, auszureifen, zur Blüte zu treiben, muss ich ja die Probleme, die ich im Leben habe, lösen. Wenn ich denen aber davonlaufe, weil ich nur verdrängen kann, beziehungsweise mir das angewöhnt habe, limitieren wir und engen wir die Entwicklung unserer Persönlichkeit ein, okay? Und damit meine ich insbesondere die Ausreifung der eigenen Emotionalität. Borderliner sind emotional unreif. Sie können sich häufig nicht selber... ...emotional Labilität, entstärkend ist emotionales Erleben, häufiger Stimmungswechsel, heftige Emotionen bzw. Effekte sind leicht stimulierbar. Hochgradig intensiv und oder unangebessen hinsichtlich situativer Auslösung, Umstände, Ängstlichkeit, intensive Gefühle von Nervosität, Anspannung oder Panik, auf Ausrülle durch zwischenmenschliche Spannungen, hoffige Sorge über negative Auswirkungen, vergangene unangenehme Erlebnisse und über mögliche negative Entwicklungen in der Zukunft, ängstliche Gefühle, Besorgnis oder Bedrohungsgefühle bei Unsicherheit, Angst vor psychischen Zerfall und Verlust der Kontrolle, ja. Regulieren zum Beispiel, okay, das sind all diese Dinge. Das ist der Rattenschwanz, der daraus erwächst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir da raus? Wie können Menschen mit Borderline dieses Problem für sich lösen? Wie können sie zum einen ihre Persönlichkeit endlich ausreifen lassen, weiterentwickeln, ja und zum anderen natürlich auch mit dem Verdrängen aufhören und somit in der Konsequenz auch die eigene Borderline-Thematik nach und nach überwinden? Nun, dafür braucht es meiner persönlichen Meinung nach zwei zentrale Faktoren. Der erste ist nun als Erwachsener und das ist, da dürfen wir wirklich gar nicht böse sein auf die Menschen mit Borderline. Diese, ich abstrahiere mich selbst, ich gehe in eine Metaperspektive, ich betrachte mein Leben aus der Vogelperspektive. Das ist nur etwas, das Erwachsene können. Kleine Kinder können das nicht. Also sollte man auch nicht schlecht über Menschen mit Borderline denken, urteilen, wenn sie eventuell im Alter von 20 Jahren zum ersten Mal damit anfangen. Nämlich damit anfangen und sei es auch nur, weil sie jetzt dieses Video gesehen haben und jetzt denken, dass es eine gute Idee wäre und ja, das ist es, eben nicht mehr vor den Problemen davon zu laufen und aufzuhören zu verdrängen und eben sich, also wer das tut, den Sachen zu stellen. Denn, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, heute als Erwachsene haben ja Menschen mit Borderline eben ein zusätzliches Instrument, um eben diese Probleme und inneren Verletzungen, das ist ganz, ganz wichtig, vorzuschaffen, selber zu heilen, selber auszukurieren, ohne sie zu verdrängen. Nämlich eben dieses auf eine Meta-Ebene gehen. Ein ganz einfaches Beispiel. Ein guter Freund hat mich oder dich da draußen im Stich gelassen. Ich kann jetzt in die Meta-Ebene gehen und sagen, jo, das war diese eine Person. Ich abstrahiere das und werde deswegen nicht jetzt nur, weil mich eine Person verletzt hat, meinen ganzen Freunden und Bekannten mit massivem Misstrauen begegnen. Ich werde das einfach nicht tun, weil ich das rational so für mich berechnet habe. Okay, es ist nur ein Beispiel. Und ja, ich weiß, Menschen mit Borderline wurden häufig von mehr als einer Person verletzt. Aber ich denke, es ist völlig klar, was ich mit diesem Punkt hier sagen möchte. Also Meta-Perspektive, Vogel-Perspektive ist das Instrument, was die Menschen mit Borderline für sich alleine haben, jetzt eben die Konflikte in sich und die Verletzungen zu bearbeiten, auszukurieren, ohne verdrängen zu müssen. Und weil nicht mehr verdrängt wird, kommt es zu einer schnelleren, nachreifenden Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Ganz, ganz wichtig. Ja, und der zweite Faktor ist ein wertschätzendes und liebevolles Umfeld. Denn die Ermangelung dieses wertschätzenden und liebevollen Umfeldes hat ja gerade schon in der Kindheit überhaupt zu diesem Dilemma geführt, zu diesem ganzen Mist geführt, in dem Menschen mit Borderline jetzt stärken, beziehungsweise über den wir hier in diesem Video sprechen. Ja, das sind diese zwei Faktoren, die ganz wichtig und heilsam sind für Menschen mit Borderline. Beide Faktoren können Menschen mit Borderline als Erwachsene, ich sage es nochmal, willentlich beeinflussen. Erstens natürlich Selbstdisziplin und Übung und zum anderen ein dysfunktionales, missachtendes Umfeld auszutauschen gegen ein besseres Umfeld. Wir wollen das hier nicht noch bis ins Detail ausklamüsern, denn es ist klar, worum es geht. Ja, ansonsten soll es das mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte zum einen die Frage klären, ja warum verdrängen denn Menschen mit Borderline so viel? Ja, dass sie es machen, das wissen wir, aber warum? Und natürlich auch euch ein bisschen inspiriert und motiviert zu haben, jetzt ran an den Speck zu gehen und die Probleme fortzuschaffen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo, jede Woche, ein neues Video zum Thema Borderline. Wenn ihr mich... Okay, das war es auch schon vom Video, da kommt das noch ein bisschen bla. Ja, was habe ich jetzt von diesen 13 Minuten knapp gelernt? Ich habe das Gefühl, dass Leute, die wirklich an Borderline leiden, sage ich mal zu 90 Prozent, selbst dieses Problem bekämpfen müssen, dieses Borderline bekämpfen müssen. Weil, selbst wenn du irgendwie von außen Hilfe kriegst, hilft es dir nicht unbedingt sehr viel weiter auf diese eigene, in ein wachsenden, alter Meta-Ebene zu kommen. Dass du dann reflektieren kannst, okay, die Leute sind dran schuld und nicht alle. Schwierig, schwierig, dass man da sehr auf sich selbst gestellt ist, wenn man Borderline hat. Na gut, das war es auch von dem Video. Wir sehen uns dann im Riesenvideo. Also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann im Riesenvideo. weil wir die Mata-Ebene wiederkommen sind. wir sehen uns jetzt im Riesenvideo. Und dann bis zum nächsten Mal.